Hallo Benni, Gratulation zum Sieg. Das erste Spiel gegen den Ex-Verein, ist das immer etwas Besonderes oder ist das ein Spiel wie jedes andere? Natürlich war es etwas Besonderes. Ich kenne viele Leute, fast alle. Sie haben ein paar neue, junge Spieler, ein paar neue Legionäre. Aber war ein schönes Gefühl und viel geplaudert mit dem Burschen. Das erste Spiel in der Admiral Basketball Superliga liegt nun hinter dir. Bist du gut in Klosternauburg angekommen und wie gefällt es dir? Ich bin super angekommen. Die ersten Tage waren ein bisschen ungewohnt, das Dress anzuziehen, das Trainingslabel anzuziehen. Aber ich wurde super aufgenommen. Ich kenne natürlich den Großteil der Mannschaft. Das Mannschaftsklima ist super und jetzt versuchen wir stetig zu arbeiten, um uns zu verbessern. Und zu guter Letzt noch, was sind die Ziele für die Saison? Na ja, die Ziele sind, wir wollen uns verbessern im Gegensatz zum letzten Jahr, glaube ich, einen Sprung nach oben zu machen. Man weiß, noch nicht, wie gut die anderen Mannschaften sind, wie gut die anderen Legionäre sind. Das wird man erst in den kommenden Wochen, Monaten sehen. Aber ich glaube, der Weg nach oben ist offen. Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen, vor allem daheim. Und das Maximum rausholen. Danke sehr. Bitte.